hallo leute willkommen auf meinem kanal heute geht es um die neuen gang automatik bei mercedes w205 bei mir ist es so dass der dritte vierte gang ab und zu bisschen ruppiger eingelegt wird es ist nicht immer hier auf dem video ich kann es auch nicht richtig einfangen es kommt darauf an wie man mit dem gas beschleunigt getriebe warm kalt macht jetzt auch nicht so ein unterschied es ist ab und zu nur im normalen modus komfort da ist es meiner meinung nach am häufigsten sport sport plus da drehe die gänge schön hoch aus da haben jetzt nicht das gefühl dass irgendwas zu ruppig eingelegt wird 115.000 kilometer das auto schon am tacho jetzt könnte man natürlich die getriebespülung machen oder getriebeöl wechsel vornehmen das kostet 1000 euro aber es gibt noch eine zweite möglichkeit das getriebe zu resetten in meinem nächsten video mehr dazu